Das Sommerbuch von Tove Jansson. Es liest Katharina Talbach. Der Bademorgen. Es war ein früher, sehr warmer Morgen im Juli. In der Nacht hatte es geregnet. Von dem nackten Fels stieg Dampf auf. Das Moos und die Felsspalten waren getränkt von Nässe und alle Farben leuchteten tiefer. Unterhalb der Veranda, noch ganz im Morgenschatten, bildeten die Pflanzen einen Regenwald. Dichte, hinterhältige Blätter und Blüten. Und sie musste aufpassen, dass sie sie während ihrer Suche nicht abbrach. Sie hielt sich die Hand vor den Mund und war ängstlich darauf bedacht, das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Was machst du? fragte die kleine Sophia. Nichts, antwortete ihre Großmutter. Das heißt, fügte sie ärgerlich hinzu, ich suche mein Gebiss. Das Kind kam von der Veranda herunter und fragte sachlich, wo hast du es verloren? Hier, sagte sie. Genau hier habe ich gestanden. Es ist irgendwo zwischen die Pfingstrosen gefallen. Sie suchten gemeinsam. Lass mich das machen, sagte Sophia. Du bist so wackelig auf den Beinen. Mach mal Platz. Sie tauchte unter das blühende Dach des Gartens und kroch zwischen die grünen Stämme. Ein schöner und verbotener Ort. Schwarze, weiche Erde. Und dort lag das Gebiss. Weiß und rosa. Ein ganzer Mund voll alter Zähne. Ich hab es, schrie das Kind und richtete sich auf. Tu es rein. Aber du darfst nicht zuschauen, sagte die Großmutter. Das hier ist privat. Sophia hielt das Gebiss hinter dem Rücken. Ich will zugucken, sagte sie. Da setzte die Großmutter ihr Gebiss mit einem Schnapp wieder ein. Eine geübte Bewegung und eigentlich nichts Bemerkenswertes. Wann stirbst du? fragte das Kind. Und die Großmutter antwortete, bald. Das geht dich aber überhaupt nichts an. Warum nicht? fragte das Enkelkind. Die Großmutter antwortete nicht, ging auf den Felsen hinaus und weiter zur Schlucht hinüber. Das ist doch verboten, schrie Sophia. Ich weiß, antwortete die alte Frau verächtlich. Du und ich, wir beide dürfen nicht zur Schlucht gehen. Aber jetzt tun wir es trotzdem. Dein Papa schläft nämlich und wird nichts davon erfahren. Sie gingen über den Felsen. Das Moos war glitschig. Die Sonne war ein gutes Stück gestiegen und inzwischen dampfte alles. Alles. Die ganze Insel war wunderschön in Sonnennebel gehüllt. Wird dann eine Grube gemacht? fragte das Kind freundlich. Ja, antwortete die Großmutter. Eine große Grube. Und fügte tückisch hinzu. So groß, dass wir alle miteinander hineinpassen. Warum denn das? fragte das Kind. Sie gingen weiter auf die Inselspitze zu. Oh, so weit bin ich noch nie gegangen, sagte Sophia. Und du? Ich auch nicht, antwortete ihre Großmutter. Sie gingen bis auf die äußerste Spitze der Insel hinaus, wo der Fels sich in immer dunkler werdenden Terrassen senkte. Jede Stufe, die tiefer in die Dunkelheit hinabführte, war von hellgrünen Fransen aus Seegras gesäumt, die mit den Bewegungen des Wassers vor- und zurückwogten. Ich will baden, sagte das Kind und wartete auf Widerspruch, der aber nicht kam. Da zog sie sich aus, langsam und ängstlich. Auf jemand, der einfach alles geschehen lässt, kann man sich nicht verlassen. Sie steckte die Beine ins Wasser und sagte, Oh, es ist kalt. Natürlich ist es kalt, antwortete die alte Frau zerstreut. Was hast du denn erwartet? Das Kind glitt bis zur Hüfte hinein und wartete angespannt. Schwimm jetzt, sagte ihre Großmutter. Du kannst doch schwimmen. Es ist tief, dachte Sophia. Sie hat vergessen, dass ich noch nie allein im Tiefen geschwommen bin. Also kam sie wieder heraus, setzte sich auf den Felsen und erklärte, Oh, sieht aus, als würde es heute schön werden. Die Sonne war noch höher gestiegen, die ganze Insel glitzerte, das Meer ebenfalls, die Luft war sehr leicht. Ich kann tauchen, sagte Sophia. Weißt du, wie das ist, wenn man taucht? Die Großmutter antwortete, klar weiß ich das. Man lässt alles los, nimmt Schwung und taucht einfach. Man fühlt die Tangbüschel an den Beinen entlang streichen. Sie sind braun. Das Wasser ist klar. Nach oben hin wird es heller, mit Blasen. Man gleitet. Man hält die Luft an und gleitet. Dreht sich um und steigt auf. Lässt sich nach oben tragen und atmet aus. Und dann liegt man auf dem Rücken im Wasser und lässt sich einfach treiben. Und immer mit offenen Augen, sagte Sophia. Natürlich, kein Mensch taucht mit geschlossenen Augen. Glaubst du mir, dass ich es kann, auch wenn ich es dir nicht zeige? Fragte das Kind. Ja, ja, sagte die Großmutter. Zieh dich jetzt an, damit wir nach Hause kommen, bevor er aufwacht. Die erste Müdigkeit näherte sich. Wenn wir zu Hause sind, dachte die Großmutter, wenn wir wieder im Haus sind, werde ich wohl noch ein Stündchen schlafen. Und ich darf nicht vergessen, ihm zu sagen, dass dieses Kind sich immer noch vor tiefem Wasser fürchtet. Mondschein Eines Nachts im April, es war Vollmond und Eis bedeckte das Meer, wachte Sophia auf. Ihr fiel ein, dass sie auf die Insel zurückgekehrt waren und dass sie ein eigenes Bett hatte, weil ihre Mutter tot war. Im Herd brannte noch ein Feuer und an der Decke, wo die Stiefel zum Trocknen hingen, flackerte der Feuerschein. Sie stand auf und sah aus dem Fenster. Der Fußboden war sehr kalt. Das Eis war schwarz. Und mitten auf dem Eis sah sie die offene Herdluke und das brennende Feuer. Zwei Herdluken ganz nah beieinander. Im zweiten Fenster brannten die beiden Feuer draußen auf der Erde und im dritten Fenster sah sie das ganze Zimmer doppelt gespiegelt. Koffer, Kisten und Kästen mit aufgerissenen Deckeln. Sie waren voller Moos, Schnee und trockenem Gras. Alles stand offen und zeigte einen kohlschwarzen Schlund. Draußen auf dem Felsen sah sie zwei Kinder, durch die die Eberesche wuchs. Der Himmel hinter ihnen war dunkelblau. Sie legte sich wieder ins Bett und sah dem Feuerschein zu, der über die Zimmerdecke tanzte und unterdessen rückte die Insel näher an das Haus heran. Die Insel kam immer näher und näher. Die beiden Kinder schliefen auf einer Wiese am Ufer, auf der Bettdecke waren Schneeflecken und unter ihnen verdunkelte sich das Eis und begann auseinander zu gleiten. Ganz sachte öffnete sich eine Fahrrinne im Fußboden und alle Koffer schwammen ins mondhelle Wasser hinaus. Jeder einzelne Koffer war offen und voller Dunkelheit und Moos und kam nie mehr zurück. Sophia streckte die Hand aus und zog ihre Großmutter sehr vorsichtig am Zopf. Die Großmutter wachte sofort auf. Du, flüsterte Sophia, ich habe zwei Feuer im Fenster gesehen. Warum sind da zwei Feuer und nicht nur eins? Die Großmutter überlegte und antwortete. Das liegt daran, dass wir Doppelfenster haben. Nach einer Weile fragte Sophia, bist du sicher, dass die Tür geschlossen ist? Die Tür ist offen, antwortete ihre Großmutter. Sie ist immer offen. Du kannst ganz beruhigt schlafen. Sophia wickelte sich in ihre Decke. Sie ließ die ganze Insel aufs Eis hinaustreiben und immer weiter bis zum Horizont. Kurz bevor sie einschlief, stand der Vater auf und legte noch Holz in den Herd. der Vater auf und legte noch Holz in den Herd. Untertitelung des ZDF, 2020